Die neue Miete Oberhausen liegt zwischen den Stadtteilen Alt-Oberhausen, Starkrade und Osterfeld. Der Kernstück ist das Zentrum. Es entstand auf der ca. 100 Hektar großen Fläche des ehemaligen Oberhausener Uppel- und Waldflags, das bis 1988 endgültig beschlossen wurde. Das Zentrum ist Europas modernstes Einkaufs- und Freizeitzentrum mit über 200 Einzelhandelsgeschäften und zahlreichen Restaurants sowie einem Kirchenzentrum. Das Zentrum öffnete im Jahre 1996 seine Tore. Seit der Errichtung der Opel-Waarke in Bochum stellt das Zentrum die größte Investition auf einer Industriebrachfläche in Uruguay dar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Peter Behrens stammt aus den 1920er Jahren. Sie sehen es auf der rechten Seite. Der expressionistische Backsteinbau steht unter Denkmalschutz. Er wurde zum Zentraldepot der Industriemuseum im Rheinland umgebaut. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Königpilsener Arena auf der linken Seite ist eine Großveranstaltungshalle mit einem Platzangebot für über 12.000 Gäste. Die futuristische Haltestelle Neue Mitte wird von den Oberhausenern Mikado genannt. Die Stahlkonstruktion erinnert an den Übergang der Eisenwerke und an den neuen Aufbruch in Oberhausen. Wir fahren jetzt unter der kombinierten Bus- und Straßenbahnklasse entlang, die vom Hauptbahnhof bis nach Stärkenland führt. Sie wurde gleichzeitig mit dem Zentrum gebaut und von oben hat sie eine alten Eisenbahn wechselt. Die Stühle sind links und Doklärene. Amn undоло Hotterreine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020